Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krömmel Baut. Heute gibt es die Review zu TGLs T5023, der besteht aus 2896 Teilen, angegeben mit 6 Plus, gehört zur Science & Technology Building Block Series und hat den Namen RS6, soll halt ein Audi RS6 darstellen und ja es ist ein Technikmodell im Maßstab von 1 zu 10. Kurz Anleitung zum einen, also es gibt noch Sticker, zwei Bögen sind es eigentlich, einer ist bei mir abhanden gekommen, ich habe beim Auspacken nicht darauf aufgepasst, ob es mir herausgefallen ist, ich habe ihn jedenfalls jetzt nicht wiedergefunden, kann sein, dass er nicht dabei war, dementsprechend es sind zwei Bögen, einmal ist es der und dann noch mal so Kleinkram, ich zeige es euch mal hier, zum Beispiel das Nummernschild vorne, hier das Audi Zeichen und noch zwei, drei kleine andere Sachen, ich weiß jetzt aber nicht mehr welche genau und dann halt noch mal für Panels, wobei ich da sagen muss, das ist halt der Hauptgrund, warum ich sie nicht aufbringen würde, es geht ja nur um den grünen Streifen, dann hätten sie auch nur den grünen Streifen als Aufkleber machen können, dann hätte ich es aufgebracht, aber so das Schwarz trifft halt nicht wirklich die Teile, das hier ist dann wirklich tief dunkles Schwarz und die Teile sind halt doch immer so ein leicht ins Anthrazit rutschendes Schwarz, das würde halt doll rausstechen, dementsprechend hätte ich sie eh nicht aufgebracht, vielleicht schneide ich mir auch nur die grünen Streifen raus, wenn ich mir die Mühe mache, aber ja, kann ich mir jetzt eigentlich auf die so spontan auch nicht vorstellen, gut, packen wir zur Seite. Die Anleitung, zum einen, das ganze ist in neun Bauschritte unterteilt und wir haben eine Tüte mit Pins und Achsen, wobei man sagen muss, die Achspins, Zweierachsen, Dreierachsen und Viertelpins sind alle in einer Tüte, die sind nicht sortenrein, Sortenrein sind nur die blauen Dreierpins und die normalen schwarzen Zweierpins, das ist ein bisschen nervig, weil so muss man halt wirklich diesen ganzen kleinen Kram, entweder sortiert man es sich auseinander oder muss es in eine große Schale packen und dann haben wir halt noch neun Bauschritte bei nicht mal 3000 Teilen, das heißt gut 300 Teile pro Bauschritt, ja, hat vor und nach Nachteile, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man so ein, ich sag mal, durchschnittlicher Bauer ist, der baut den wahrscheinlich nicht an einem oder zwei Armen, sondern lässt sich da ein bisschen Zeit, dann kann er sich das einteilen, ein, zwei Bauschritte am Abend, das passt, wenn man natürlich, so wie ich, das ziemlich schnell durchbaut, nervt es, weil man ständig neue Tüten aufreißen muss, also man kann es halt so oder so sehen, ja, ansonsten, ihr seht hier Motoren, ich habe ihn von Jointtoy zur Verfügung gestellt bekommen, um euch hier die Videos zu zeigen, er bietet ihn nur als statische Version an, da können wir auch gleich noch kurzer Werbeblock, www.jointtoy.com, ein chinesischer Online-Shop, hat gute Preise, Versandzeit im Regelfall so zwischen 7 bis 14 Tagen aktuell, für die, die es nicht mitbekommen haben, in China ist ganz groß Corona-Lockdown-Party, die packen ganze Millionenstädte in Lockdown, Shanghai ist im Lockdown, Peking kam, ich glaube, jetzt die letzten Tage auch dazu, dementsprechend ist das da alles ein bisschen eingeschränkt, ich habe auf den, ich weiß es gar nicht, ich glaube, drei Wochen oder 24 Tage oder irgendwie sowas warten müssen, es dauert länger, aber es kommt an, damit müsst ihr halt aktuell rechnen, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video guckt, wir haben jetzt Mitte, Mitte, Ende April, solltet ihr das in einem halben Jahr gucken, ist das wahrscheinlich hinfällig. Ja, ansonsten, das Set kostet 83 Dollar, in der statischen Version, er bietet es nicht motorisiert an, denn es gibt die Möglichkeit, das Ganze zu motorisieren und das ist in der Anleitung auch beschrieben, dafür gibt es, wenn es um die Motorisierung geht und das ist vor allen Dingen alles ziemlich weiter am Anfang, immer diese grün unterlegten Bereiche, da geht es dann halt wirklich, hier steht, die meisten kennen das ja, RC Version Instruction, Manual Version, please skip, das heißt, wenn ihr das manuell baut, überspringt den grünen Teil, baut nur das graue, wenn ihr es motorisieren wollt, dann baut so. Auf der anderen Seite, ich habe ihn statisch gebaut, man kann ihn auch relativ einfach am Ende nachmotorisieren, hinten, also was die Antriebsmotoren angeht, braucht man gar nichts, da kommen ein paar Pins rein und dann wird das festgesteckt. Vorne musste ich beim Servo zwei Teile, zwei L-Lifterarme, hier einmal so einen kleinen und einmal einen großen L-Lifterarm, damit ich den Servo befestigen kann nachträglich. Aber, kleiner Spoiler, kauft euch keine RC-Version, sie ist es nicht wert, es funktioniert nicht richtig. So, Anleitung, wie gesagt, da ist beides beschrieben. Und alte Bauschritte sind leicht ausgegraut, also nicht komplett, sondern mehr so verblasst. Ihr seht es ja, man erkennt immer noch alles, aber es ist nicht mehr so kräftig wie das Neue. Hat jetzt für mich beim Bauen überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das grau oder vollfarbig ist, Hauptsache es ist nicht komplett ausgeblasst, so hat man immer eine Orientierung. Ansonsten, neue Sachen sind entweder rot oder grün umrandet und mit Pfeilen wird dargestellt, was, wie, wohin muss. Die Anleitung ist ein bisschen klein, also ihr seht das ja, das ist nicht mal A4. Und wir blättern jetzt hier mal hoffentlich auf eine anständige Seite. Nein, auch nein. Hier, hier ist eine sehr gute Seite, um euch das zu demonstrieren. Hier ist extrem viel draufgeklatscht. Also wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bauschritte oder sechs kleine Schritte auf einer Seite. Und dann kommt es noch dazu, dass es manchmal 42, 43, 44 seitlich geht. Manchmal geht es aber untereinander. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt und irgendwie falsch abbiegt. Da achtet wirklich immer drauf, dass ihr die richtigen Schritte macht. Nicht, dass ihr euch wundert, ey, da fehlt irgendwas, weil ihr vielleicht zur Seite gesprungen seid und unten den aus Versehen übersprungen habt. Ja, das also so zur Anleitung. Ansonsten, es ist eine klassische Anleitung, es gibt Längenangaben. Ich habe keine Fehler gefunden. Es war immer alles relativ deutlich. Sie ist auch nicht sonderlich kompliziert. Von daher passt alles. Gut. Teilequalität. Das ist ja TGL und bei TGL streiten sich die Geister. Ich habe noch von TGL weiß ich nicht, ob man da irgendjemanden offiziell, ich kenne da keine Kanäle, um da jemanden zu kontaktieren. Dementsprechend kann ich das nicht bestätigen. Aber es heißt wohl, TGL macht eigene Teile. Würde ich zustimmen. Die nehmen aber auch Muldgegenteile. Würde ich auch zustimmen. Also so ein Mischmasch. Vieles eigenes und was sie nicht haben, kaufen sie von Muldgegenden dazu. So würde ich das jetzt sagen. Andere sagen, die haben nur ihre eigenen. Wiederum andere sagen, die haben nur Goprix. Von der Qualität her ist es aber wie Goprix. Und selbst das schlechteste von Goprix, was es gibt, nämlich diese in meinen Augen viel zu straffen Treiberpins haben sie auch übernommen. Die sind hier nämlich auch viel zu straff. Was ich gleich vorneweg sagen muss, hatte ich auch beim Aufbau schon erzählt. Eigentlich alles blaue Dreierpins und blaue Achspins. Ich habe aus meinen eigenen Teilen am Ende schwarze benutzt, damit ich nicht so viel blau außen habe. Ich sage mal, bei den Sitzen sieht man es immer noch, dass da standardmäßig blau verbaut ist. Das sieht hier nämlich, man sieht die blauen Punkte. Auch hier hinten und hier oben. Ich weiß gar nicht, seht ihr das da? In der Dachbox ist einer. Habe ich jetzt irgendwas locker? Ne. Ist einer. Würde es blau aussehen. Pack mal einfach mal die Anleitung daneben. Da seht ihr nämlich hier zum Beispiel vier blaue Pins. Die sind bei mir schwarz. Zwei Dreierpins und zwei Achspins waren. Das kann ich mich noch relativ gut daran erinnern. Oder hier auf der Motorhaube, da würde ein blauer Achspin durchscheinen. Da, da, hier da oben ist bei mir halt schwarz. Es sieht halt besser aus. Und wie gesagt, investiert mal die 50 Euro, kauft euch 1000 Achspins und 1000 Dreierpins. Dann habt ihr genug, könnt ihr mit 10, 20 Modelle aufwerten. Und das macht halt wesentlich mehr her. In meinen Augen. Aber wir wollten ja gerade über die Teilequalität sprechen. Von daher zurück dazu. Die Dreierpins sind mir persönlich zu straff. Die Achsen halten alle. Eine Sache, das hatte ich beim Aufbau glaube ich gar nicht erwähnt. Es ist wieder so ein typisches TGL Phänomen. Ich suche jetzt hier mal gerade irgendwo. Nicht wundern, ich habe hier aus meiner Kramzeugs hier rumliegen. Es ist immer mal, wenn man jetzt hier zum Beispiel so ein Zweier Liftarm hat, so einen halben. Und man das erste Mal eine Achse durchstecken möchte. Ich habe jetzt hier dummerweise keine Achse rumliegen. Egal. Ich demonstriere euch das trotzdem. Beim ersten Mal ist das, als ob da ein Widerstand ist. Da muss man einmal durch. Quasi entjungfern. Und dann funktioniert es wunderbar. Das kommt immer und immer wieder bei verschiedensten Teilen vor, wo man eine Achse durchstecken muss. Ich weiß nicht, ob die nicht innen sauber entgratet sind oder ob die Achsen irgendwie noch außen irgendwas am... Man sieht es nicht. Also wenn man da vorher durchguckt, die sehen alle gut aus. Aber das ist so ein komisches TGL Phänomen. Hatte ich auch schon bei den Baufahrzeugen. Fragt mich jetzt nicht mehr nach der Nummer. Ich packe es euch mal vielleicht unten rein. Oder hier oben. Genau. Ich packe hier oben einen Link rein. Hoffe ich. Ansonsten guckt gerne mal in meinem Kanal. Unter TGL gibt es eine Playlist. Da findet ihr dann auch die... So ein Kipper war das. Da war das ganz schlimm, dass man das auch immer durchstecken musste und es dann richtig funktioniert hat. Ja, das wäre jetzt so ein Manko mit diesen Teilen. Aber ansonsten, es hat nichts gefehlt. Es war nichts Kaputtes drin. Wir haben ein paar hier Transclear Sachen, die man nicht unbedingt überall in Transclear sieht, sondern dann werden sie vielleicht weiß oder sowas hier bei den Leuchten. Das ist schon nicht schlecht. Was aber, was in meinen Augen besser machen können, ist zum Beispiel die Spiegel. Das ist nur so ein Flat Silver. Also das ist so ein bisschen matt. Klar, wenn man mal ganz nah herangeht, dann spiegelt der Finger. Man erkennt, dass da mein Finger als Spiegel so leicht verschwommen ist. Aber das ist halt bei Weitem nicht so verkromt wie die Felgen hier zum Beispiel. Andere mögen das. Das sieht aus mehr so wie gebürstetes Aluminium oder wie Aluminium. Ja, ich bin dann mehr so der Chrom-Freund. Gleiche beim Auspuff. Der ist auch mehr so in dieser Aluminium-Optik und nicht in der Chrom-Optik. Ja, aber ansonsten Teile alles durchweg fast gut. Nur der Kotflüge hier, der hat einen kleinen Kratzer drauf. Da. Klappen wir mal an. Da vorne. Da. Ich hoffe, ihr seht's. Ja, das wäre jetzt so das, was man kritisieren könnte. Zum Aufbau. Er lässt sich wunderbar bauen. Sehr entspannt durch die vielen Teile. Und es sind jetzt auch keine wirklich komplizierten Bautechniken oder Stellen, wo man am liebsten fünf Hände hätte oder zehn Sachen halten muss oder sowas. Das ist ja, es ist wirklich ein angenehmes Bauen. Ja, wie gesagt, da gibt es keine Probleme. Gut, ich habe noch jetzt glaube ich oft genug rumgedreht. Dann können wir den jetzt hier mal runternehmen und das beiseite. Und dann gucken wir uns mal die Funktionen an. Das geht relativ schnell. Er hat keine. Also er hat keine Hebel oder irgendwie sowas. Nicht wie jetzt zum Beispiel der R8. Der hat ja extrem viele Funktionen für so ein 1 zu 10 Modell. Der hat ja prinzipiell keine. Der hat vorne eine Federung. Der hat hinten eine Federung. Und hinten ist mir aber erst jetzt aufgefallen mit den Motoren drin. Da passiert nicht mehr viel. Ohne Motoren hat das besser funktioniert. Mit Motoren sackt er ein und kommt nicht mehr wirklich hoch. Ja, ansonsten er hat Differenziale vorne und hinten verbaut und hat einen Allradantrieb. Aber der ist nicht durchgängig designt. Also ein Allradantrieb hat ja in der Mitte eigentlich auch nochmal ein Differenzial, um quasi die Vorder- und Hinterachse zu differenzieren. Der hat einfach nur einen durchgehenden Eintriebsstrang. Was er aber hat, sind ziemlich viele Sachen, die man aufmachen kann. Nämlich vier Türen, eine Heckklappe, eine Frontklappe, die sogar einen Halter hat. So und nochmal vom Jetbag. Eine Klappe, die man auch aufmachen kann. Das ist für kleine Kinder extrem spaßig. Ich habe drei und fünfjährigen, die sitzen an dem Ding gerne und machen hier alles auf und packen ihre Playmobilfiguren und alles rein. Und da bin ich bei dem Punkt, Motorisierung ist hier absolut Müll. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Hätten sie lieber eine Hand-of-God-Steuerung drauf gemacht? Hätte das wirklich in Spielwert? Weil ansonsten der ist ziemlich stabil. Also man kann hier anfassen, ohne dass hier was kaputt geht. Das einzige, was passieren könnte, ist der Spiegel fällt ab, denn der hängt nur an einer Noppe. Aber ihr seht, der ist immer noch ganz. Ich habe bestimmt zehn Modelle, da hätte ich jetzt Teile zusammen gesucht, um dann geguckt, wo sie hätten wieder zusammengebaut werden müssen. Also der ist ja wirklich ziemlich stabil konstruiert. Da eine Hand-of-God-Steuerung rein. Das wäre perfekt gewesen. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich für die Motor-Variante entschieden und da fangen wir am besten gleich mal mit an. Dafür pack man hier mal drauf. Motorisiert wird dann mit zwei L-Motoren, die hinten ins Heck kommen und einem Servo, der hier vorne rein kommt. Und jetzt brauche ich noch eine Fernbedienung. Ich habe jetzt hier zwei Kader L-Motoren drin und eine Mold King Akkubox, die ich jetzt hier mal... Man kann die Akkubox auch richtig... Jetzt habe ich das Kabel abgerissen. Wo ist A? Da. So. Sieh es aber schon mal an. Mensch. Man kann die richtig anbauen, wollte ich gerade sagen. War ich aber zu faul für, weil die Motoren da nicht lange drin bleiben. Das ist jetzt nur für euch, damit ich euch das mal zeigen kann. Aber das größte Problem ist... Ne, hier. So. Die Lenkung. So. Da schlägt er an. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich dolle. Man könnte jetzt sagen, okay, dann begrenzt man den Lenkrad, also hier den Einschlag von der Lenkung. Das Problem ist dann nur, dann hat man einen Wendekreis von fünf, sechs Metern. Der hat so, gerade so in meiner Küche... Ne, ich glaube, der schafft gar keinen Kreis in meiner Küche. Auch schon durchs Schleifen nicht. Würde ich den Lenkeinschlag jetzt auch noch begrenzen, dann bräuchte ich zweimal meine Küche nebeneinander, damit er einmal eine Runde schafft. Und dementsprechend macht es dann auch keinen Spaß, mit dem rumzufahren. Ansonsten, die zwei Motoren kriegen ihn relativ flott. Wobei auch da, die Motoren sitzen fest drin. Es klackert immer mal irgendwo. Der Antriebsstrang ist jetzt nicht unbedingt perfekt designt. Also da sind viele Zahnräder und Umlenkungen. Kada kriegt das zum Beispiel wesentlich besser hin. Bestes Beispiel C63002 der Wings. Der Sonder, ne nicht Sonder, der Pagani Huayra BC. Der hat einen L-Motor und der hängt so ziemlich alles ab, was keinen Buggy-Motor hat. Also da ist der Antriebsstrang wirklich... Die Kraft geht fast ungebremst auf die Reifen und dann nach vorne. Das ist hier halt nicht der Fall. Der hat zwei Motoren und der würde nicht hinterher kommen. Da ist zu viel Reibung und alles drin. So. Das wäre jetzt halt das mit dem Lenken. Dann hätte halt auch ein riesen Radius und dann macht es auch keinen Spaß, mit dem rumzufahren. Ansonsten, ja, von der Geschwindigkeit her würde es passen. Man... Vielleicht habt ihr auch Lust, dass ihr damit unbedingt fahrt. Dann begrenzt euch das, falls ihr es hinkriegt. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das überhaupt machbar wäre. Ähm... Aber das ist dann halt kein... Nein. Von meiner... Aus meiner Sicht, äh, kauft euch das Ding, wenn statisch. Bei Jointoy 83 Dollar. Äh, woanders gibt es den wahrscheinlich für ähnliche Preise. Oder halt ein paar Dollar mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Keine Motoren. Dann, wie gesagt, wenn ihr euch spaßt, nehmt euch selber irgendwelche und steckt die da rein und guckt mal kurz und stellt fest, dass das mit der Lenkung nicht so funktioniert. Gut. Hätten wir das also auch... Gucken wir uns noch mal kurz so designmäßig ein bisschen an. Ähm... Und am Aufbau gab es Kommentare von wegen, ja, das ist ein generischer Kombi. Nee. Also meine Frau hat mit Autos keine... Also die hat von Autos keine Ahnung. Da kann ich einen Ferrari, einen Lamborghini und einen Porsche hinstellen. Sie würde mit Glück den Porsche erkennen. Äh, aber ob das jetzt Ferrari, Lamborghini oder sonst was ist, keine Ahnung. Die hat aber sofort gesagt, ey, das ist ja ein Audi. Und hat sich gefreut. Dementsprechend, die Front sieht schon stark nach Audi aus. Und, äh, der Kenner, äh, wird sagen, durch den aggressiven Look mit den Flügeln und hier Verbreitung, der wird auch sagen, dass es ein RS ist. Ob es jetzt ein RS6 ist oder ein RS4. Ja, ich wäre eher bei 4. Der 6er ist hinten, glaube ich, ähm, äh, weiter nach hinten gezogen. Der 4er ist ein bisschen steiler, so wie der. Hätte ich jetzt gesagt. Aber ich bin jetzt auch nur Laie. Ich möchte mich jetzt nicht als, äh, Profi ein, ähm, darstellen. Von daher, ihr könnt mir auch gerne natürlich in die Kommentare eure Meinung schreiben. Sieht das aus wie ein Audi? Wie ein RS6? Wie ein RS4? Wie ein A6 Avant? Oder keine Ahnung was. Es ist jedenfalls eine schöne Abwechslung zu den ganzen Sportwagen. Ob es jetzt halt Ferrari, Porsche und weiß der Geier was ist. Mal so ein klassisches Auto, was man halt doch regelmäßiger im Straßenverkehr rumfahren sieht. Vor allen Dingen das mit dem, äh, Jetpack finde ich cool. Da ist übrigens, ja, sitzt nur auf, äh, halben Pins. Lässt sich also schön abnehmen. Wer das Ganze so mag, kann sich so hinstellen. Ja, das Kabel hier, so. Oder so ein bisschen, äh, Urlaubsfeeling verbreiten möchte. Kann man auch aufmachen. Ein bisschen, äh, Gepäck reinpacken. Oder, keine Ahnung, Umzug, Blumen reinlegen. Ähm, wird dann hier einfach nur in Pins reingedrückt. Und dann ist das Ganze wieder stabil oben drauf. So. Farbgebung finde ich auch gut, weil ist meine persönliche Lieblings, äh, Farbkombination. Ich mag das immer schwarz mit, äh, grünen, äh, Akzenten. Wobei das ja hier so lime green ist. Oder das ist das lime green. Ich mag mehr so ein gelb-grün. Also noch, noch ein bisschen mehr gelb rein. Dann wäre es in meinen Augen perfekt. Wird dann auch nicht nur hier außen aufgegriffen und innen bei den Sitzen. Sondern, na, schau da wieder weg. Wenn wir hier aufmachen. Auch hier nochmal in den Türen, so innenverkleidungsmäßig, auch nochmal, äh, grün gemacht. Ignoriert mal die roten Pins. Das ist von meiner Servo-Halterung. Ähm, die gehören da eigentlich nicht hin. Ja. Das ist halt, äh, ganz nett. Und was auch noch ein Highlight des Sets ist. Oder von TGL. Die haben, die bringen jetzt demnächst auch nochmal einen Bulli. Die haben ihre, oder haben jetzt neue Reifen. Die sind hier so niederquerschnittsmäßig. Finde ich echt cool. Ähm, ich finde das Profil nicht ganz gelungen. Das sieht mir zu sehr nach Motorrad aus. Wahrscheinlich sind das auch breite Motorradreifen. Weiß ich nicht. Da, Motorräder habe ich noch nie überbaut. Kann ich nicht sagen. Aber so den Look haben sie zumindest. Hätten die jetzt noch mehr so ein, äh, Straßen- oder PKW-Profil. Dann fände ich die echt cool. Und passen halt auch wesentlich besser zu so einem Auto. Als wenn ich da jetzt so hier. Ich heize nur mal so dran. Ja, das sieht halt irgendwie doof aus, ne. Weil diese Standardreifen hier mit der hohen Kante, so fährt halt heutzutage kein Auto mehr rum. Und da passen die Dinger hier doch schon wesentlich besser. So, hoffentlich kriegen wir das jetzt heute mal hier schnell. Ja, das hat geklappt. So, da passt das schon wesentlich besser zusammen. Ja, gut. Ähm, ja, Design-Elemente. Wir haben hier noch schöne Telefonhörer als Türgriffe. Türen, die haken. Die muss man immer so ein bisschen so reinformeln. Allerdings, ja, ich habe gesagt, zwei Kinder haben hier schon wesentlich, äh, wesentlich viel, oder ziemlich viel Zeit mit verbracht, die Türen auf und zu zu schmeißen. Kann auch sein, dass es daran liegt. Aber die haben von vornherein, sind die ziemlich hakelig. Hinten geht es ein bisschen besser. Hinten haben sie übrigens keinen Anschlag. Vorne, äh, haben sie einen Anschlag, weil dann hier einfach, äh, Teile blockieren. Und, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber sie haben einen Anschlag. Hier hinten an der Tür muss man immer ein bisschen aufpassen, damit die hier die Höhe richtig hinbekommen, sitzt der Connector hier oben nicht komplett auf der Achse. Da ist nochmal ein Achsstauber dazwischen. Ähm, der sitzt halt nur so halb drauf und geht dementsprechend relativ schnell ab. Ähm, da muss man immer mal ein bisschen gucken. Ja, aber ansonsten habe ich ja schon gesagt. Ist ein relativ stabiles Set. Oder nicht nur relativ, das ist wirklich ein stabiles Set. Ja. Felgen sind verkromt und haben hier nochmal so eine Chrom-Radkappe drauf mit Bremsscheiben drunter. Auf den Bremsscheiben sitzt, äh, der grüne Bremsklotz. Problem ist, wenn ihr das Rad dreht, ähm, dreht sich der Bremsklotz immer mit. Das ist, äh, sieht halt doof aus, wenn man damit wirklich fährt. Wenn man ihn sich einfach hinstellt, kann man ja die Räder so positionieren, dass es passt. Ich glaube, so müsste es. Dann ist es halt wieder in Ordnung. Gut, also meine Einschätzung als Standmodell schick, wenn man es mag. Okay, man könnte jetzt sagen, hier die, die, ähm, A-Säule, dass das gebogen ist, habe ich auch, das ist halt, ja, man könnte es versuchen, es halbwegs gerade zu drücken. Dann ist es ein bisschen besser. Aber die ist halt gebogen, ist jetzt nicht ganz Audi-like. Aber ich finde ihn halt einfach schick. Das ist meine persönliche Meinung, das kann hier jeder anders sehen. Aber als RC-Version, das könnt ihr vergessen. Oder könnt ihr euch eigentlich sparen, in meinen Augen. Gut. Fahren lassen habe ich natürlich trotzdem. Kommt jetzt gleich im Anschluss in der Küche. Kurz 30 Sekunden mal hin und her fahren. Gut. Das also von mir. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich konnte euch das Modell ein bisschen näher bringen. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Ihr wisst, kurzer Klick für euch. Ganz viel Freude für mich. Oder vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Krümel baut. Tschüss. 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 Spannend ein.